... 40.410 Euro. Und bitte erleben Sie mich noch nicht von den Sitzmettern, ich finde es noch eine große Freude, und zwar eine sehr engagierte Frauenrechtlerin, Hip-Hop- und Urban-Soul-Sängerin, hier auf der Bühne begrüßen zu können, die den Abend mit einem wunderbaren kleinen Konzert beschließen wird. Es ist Sister Fahre mit ihrer Begleitung, ich bitte Sie sehr herzlich auf die Bühne, ich freue mich sehr. Danke. Danke.